Weitsicht, das zeichnet das Traditionsunternehmen Bleck & Söhne aus. Seit der Gründung im Jahr 1940 ist das mittelständische Bauunternehmen in Berlin und Brandenburg ein verlässlicher und fairer Partner für den Hoch- und Tiefbau. Mit über 240 Fachkräften bietet Bleck & Söhne öffentlichen und privaten Auftraggebern maßgeschneiderte Lösungen, wirtschaftlich, fach- und termingerecht. Wir leben alte Werte eigentlich und die dabei nicht zu vergessen, also wie eben, man sieht sich immer zweimal zum Beispiel, also begründen nachhaltiger Partnerschaften. Ein neues Wort auch jetzt aufgekommen ist Nachhaltigkeit. Im Grunde genommen ein uralter Begriff, der, wenn er denn gelebt wird, seit Jahrhunderten letztlich das Menschliche und Wirtschaftliche miteinander bestimmt. Und bei allem Neuern, bei aller Sensibilität für das Neue, also für technische Neuerungen, für neue Geschäftszweige, die wir natürlich auch in den letzten Jahren begründet haben, für neue Räume, die wir auch für uns versuchen wollen zu erobern, glaube ich, ist der Fokus des Betriebes durchaus auf gelebte Traditionen. Und das ist eine der großen Erfolgsgeschichten, die diese Firma zu schreiben hat. Ein wichtiges und strategisch bedeutsames Wachstumsfeld des Unternehmens ist der Schlüsselfertigbau. Das aktuelle Projekt 5 Morgen ist nicht zuletzt durch seine Dimensionen und seine anspruchsvolle Gestaltung beeindruckend. Auf 50.000 Quadratmetern Fläche entsteht auf dem Gelände der ehemaligen Truman Plaza in Berlin-Zehlendorf ein ganz neues Quartier. Um einen künstlichen 6.700 Quadratmeter großen See werden hochwertige Villen und Apartments sowie ein Geschäfts- und Gesundheitszentrum gebaut. Bei Projekten dieser Dimension kommt es ganz besonders darauf an, den Auftraggebern eine präzise und verlässliche Kostenplanung zu bieten und während der gesamten Bauausführung eine möglichst enge Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten sowie größtmögliche Transparenz zu gewährleisten. Nur so ist die sichere Steuerung über alle Projektphasen hinweg möglich. Die Zukunft wird es erforderlich machen, dass wir immer mehr Daten, immer mehr Zahlen über Bauvorhaben bekommen. Das heißt, wir müssen Kosten denken. Das heißt, in den Bereichen von Risikomanagement, von Kalkulation, Abrechnung, dort sind die heutigen Softwares unabdingbar. Bleck und Söhne setzt dabei auf Building Information Modeling, das modellbasierte, durchgängige Planen und Steuern von Bauprojekten. Zum Einsatz kommt hier BIM4U, die BIM-Lösung des IT-Partners BRZ. Wir befinden uns hier im dritten Obergeschoss des ersten Bauabschnitts des Thumenplazers Fünfmorgen, was wir schon im Jahre 2011 für die Investoren mit BIM4U begleitet haben. Kostenschätzung, dann Angebot. Das ist das fertiggestellte Projekt und im Hintergrund befindet sich Fünfmorgen wohnen, was wir ein Jahr später, 2012, begleitet haben und seit Januar im Auftrag ausführen. Bereits in der Angebotsphase erreicht Bleck und Söhne durch die modellbasierte Kostenplanung und Visualisierung des Bauprojekts entscheidende Wettbewerbsvorteile. Selbst bei kurzen Angebotsfristen lassen sich Kosten schnell und präzise kalkulieren und stehen beispielsweise auch nach Planänderung zu jeder Zeit zur Verfügung. Das ist ein ganz ausschlaggebender Punkt, der für uns spricht, nämlich dadurch, dass wir detailliert Kosten ermitteln und das dem Bauherrn im Grunde genommen als Baufirma zur Verfügung stellen, kann er damit zur Bank gehen, zu seiner finanzierenden Bank und kann damit seine Finanzierung klar darlegen und erläutern. Über ein detailliertes Raumbuch mit Leistungsverzeichnis, aktuellen Mengen und Baupreisen lässt sich der Angebotsprozess effizient gestalten. Änderungen, das gesamte Mängelmanagement sowie alle weiteren wichtigen Informationen und Abläufe werden im System laufend gepflegt und organisiert. Im gemeinsamen Projekt Raum arbeiten alle Beteiligten eng zusammen und nutzen immer die neuesten Informationen, ortsunabhängig und in Echtzeit. Wir wollen impulsgebend sein, also das heißt, den Finger schon am Puls der Zeit halten. Wir sind gehalten, Kosteneinsparungspotenziale auch in unserem Haus zu entdecken, wo immer es möglich ist. Und da hilft uns natürlich auch gerade der Einsatz von WAZ-Software in all seinen Varianten, an verschiedenen Stellen mit Geschwindigkeit, mit Genauigkeit und zusätzlichen Informationen letztlich so kostengünstig anzubieten und trotzdem einen guten Überblick über die Gesamtsituation zu behalten, die wir unabdingbar brauchen. Von Hightech im Tiefbau bis hin zu Building Information Modeling im Hochbau. Innovationskraft, Spezialwissen und das Können aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Erfolgsfaktoren des Unternehmens und machen Black & Söhne heute und in Zukunft zu einem verlässlichen und gefragten Partner am Bau. Und da ist die Erfolgsfaktoren des Unternehmens und die Erfolgsfaktoren des Unternehmens und die Erfolgsfaktoren des Unternehmens.